das ist immer früher 20.000 geld Hurra, hurra, die Schule brennt. Ah, was am I doing with my life? Okay. Wer spielt denn da mit am Wett? Wer spielt? An wem rum? Hm. I've been playing with myself all my life, all my life. And it makes me very horny, even so I'm old, as fuck, la la la, sweet home Alabama. Oh, thank you. But, oh, thank you. Oh, thank you. Oh. Da, 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 da. Oh. 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 Beschweren Sie sich noch, dass ich zu leis bin, weiß und zu ruhig und jetzt. Kommen Sie mit nix, klarkommen Sie. Hallo? Hallo? Hallo. Was schweigt die denn alle? Nix. Krankenpflegerin kann von Applaus und Glob endlich ihre Rechnung bezahlen. Wer? Wer? Also bezahle ich bei Rechnungen auch immer. Ja, die Welt ist deine Bühne, Simon. Wir sind übrigens live auf der, auf der Bühne des Internets. Live. Live. Also, Rassismus zurückdrehen? Nur ein bisschen. Bitte. Wir hassen alle Menschen gleich viel. Ja, sicher alle Menschen gleich, das sehe ich auch so. Also, jetzt noch nicht gleich erst, oder was? Was? Ja, wir hassen auch gleich erst alle Menschen. Was? Blitz, bist du auch von der Stadt? Ja. Ne, du bist schon live in die Internets, Klaus. Du bist, ja, du bist schon Klaus. Du bist schon der Klaus. Ich bin live, Klaus. Klaus ist Klaus. Na 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 na. Ich seh mir mit dem Klaus. Der. Der kleinen Maus. Klingt komisch, ist aber so. Ja. Ach und Krach-Geschichten. Fehl, haben wir schon Zuschauer? Weiß ich nicht. Warte. Fehl, was ist da los? Nein, aktuell noch nicht. Ah, wir machen das ja nicht für blöd, ey. Wir machen das ja nicht für blöd, ey. Wir machen das ja nicht für ein Zuschauer ab. Soll ich nicht, bevor ich das Ding aufmache, dass du fünf Zuschauer hast. Aktuell ist aber auch ganz schön auf die Zuschauer. Vorher fangen wir ja nicht an, wie sie an zu spielen hier. Boah, wir keine Zuschauer. Ich nehme mal die, die habe ich noch nie gespielt. Nein, ich weiß, dass aktuell auch ein paar Leute interessantere Sachen streamen für meine Zuschauer. Boah, schon wieder Geisel? Was ist denn los heute? Ja man, das ist die Fuse-Runde, Alter. Let's go. Was kann meine? Alles. Nomad, keine Ahnung. Kann sich im Sand eingraben und was? Aber sie ist auf jeden Fall keine MAD. Nomad. For you, friend. Das ist nomad. Mit dem Zelt durch die Wüste reisen. Also, die würden nicht schlecht gelaunen. Achso. Ne, MAD heißt verrückt. Wahnsinn. Beides. Die ist halt wie Wahnsinns. Mit dem Zelt und Kamen durch die Wüste reisen kann sein. Das war's. Ach, los Hund. Du nerviges Gerümpel. Woa! Wer ist denn drin gegangen? Du bist schon weg. Ich bin Aschbeck. Wo sind die Gegner? Unten. Keller. Da ist zumindest vorderlich einer. Was los mit euch? Ah ja. Da links geht es die Treppen an. Oder? Nein. Anderes Haus. Fick doch die Henne, Alter. Wie kommt man denn hier runter? Aber ich werde verfolgt. Und dann drücken geht es runter, ne? Links Klaus. Links Klaus. Jaaa. Und dann links. Rechts. Und runter. Oben. Unten. Unten. Jaaa. Und dann links. Und runter. Oben. Unten. Und runter. Was ist you talking about? Investment. Hier ist die Drohne. Die ist kaputt. Hör auf! Wo sind die Kameras? Kameras. Wo glaub ich mach schon ne Fenster. Ne, ich treff die Fenster nicht. Eingangshalle ist offen. Da fährt ne Drohne rum. Und da ist schon wieder Nundai. Hii. Ah, da sind sie alle. Ja unten? Nein, die bauen gerade die Kellertreffe zu. Ja, da haben sie gerade ein mobiles Schild hingestellt. Und tappeln hier rum. Hat einer Granate? Granada? Haben Rauch geschmissen? Ich fahre rein. Hinter dem Schild direkt hockt einer. In der Rauchgranate bin ich runtergeschmissen. Gegen ein Glas springt der da einfach über das Schild am Mangel. Ey, dein Laser ist voll ganz schön laserreös. Müssen es halt mal aus jetzt. Soll ich mal draufschießen? Nein, funktioniert nicht. Geht Teamgerät, ich habe minus 10 Punkte. Danke, Merkel. Streusprengsatz eingesetzt. Du bist ein krasser Max, Timon. Hat gar nichts gebracht. Wieso hast du da rein gefused? Fuse mal von da nach da rüber, zu dem Eingang. Wo ist der Eingang? Ja, da da, genau so da gerade rüber. Also die Wand hier. Wann wieder kommen wir her. Fuse mal da von innen raus. Bei mir kommt keiner. Ja, bei mir war es noch eine scheißvolle. Ne, da muss ich fusen, wo Klausi sitzt. Meinst du, da geht das Schild kaputt? Ne, ich will das Schild verrückt machen. Ich will einfach mal die Treppe runter, Fuse. Aufpasst, der Einer hat unten in einem Raum drinne. Hahahaha 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 Der hat ein Ding mit dahin geflogen. Das ist über die Dings geflogen. Über die Sperre. Hahahaha Hahahaha Geht der jetzt durch, taucht ja gar nichts, ne? Hahahaha 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 Der, katzenartige Reflex, Simon. Ja, so kriegt man auf jeden Fall auch mehr Punkte als... Sein Teamkollege. Wir haben einfach... Oh, er killt! GERDETONIERT Geisel entdeckt ich hab doch 28 sekunden runden sieg das pokémon hat sich vorwöhnung selbst verletzt die ist oben über den über den dings geflogen hätte das im ducken gemacht ja nichts passiert ja die fliegen erst durch die wand die hätten voll sauber die treppe runterfallen müssen alle viel zu spät uhr maxo es ist voll früh noch für die normalen leute wir haben ein zuschauer boiz strengt euch jetzt an loser jetzt nicht berühmt wir haben keinen zuschauer mehr schade geht es echt nein gott keine ahnung aber weiß dass auch guten leuten zuschauen ja ich glaub das weiß ja jetzt sind wir alle im keller aber gute leute sind doch langsam äh langweilig wo ist die treppe? sag doch was phil mark die geisel wurde lokalisiert hui shit erster stocker oh da stehen leute auf der treppe und schießen runter hihihi einsatz in zehn sekunden picknall war mir richtig gut aber ich hab die geisel noch mal kürzt für euch 5 sekunden ja ist ok aaaaaaah gängel gegangen Lichtkontakt mit geisel mission eingeleitet mann will der mvp ey 0 0 schneider 0 0 schneider schneider es ruckelt schon ok es sollte eigentlich nicht ruckeln dieser ruckelt es eigentlich habe ich keine ausgelassenen frahmetz ich wurde entdeckt nanny the fuck aha die scheißkamera hier draußen ich hab sie fahrerzessel hallo was wir haben noch nen zuschauer wo jetzt uff oh nice pull up der gra bullshit ich hab mal ein bissl paar programme beendet ich hab die vor dem bissl kaputt hu aaaaaaah katzenhaftigen reflexe haben nicht gereicht der war einfach so viel besser nice ging doch gut ach gut Achtung du kannst da nicht Vorsicht Blattgranate oi das war knapp alter die sind mit den Störzern der Pflecht vor dir ach ey wir spielen hier gegen echte menschen ich bin blind doch wir können nicht die scheiß blindgranaten wir warum blindgranate die ganze Zeit rumläuft ha ui klausi der alte mann und die Headshots alter nehmt halt immer die Geisel wo ist der rechts im Raum oder ich hab keine ahnung da war aber grad so ein komisches Handy gelegen wo der Klausi ist geisel übernommen vorwärts hier einfach raus 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 geisel erneut ja da war eine scheiß volle gelegen nice das kannste auf den Klausi schieben ja den hab ich noch gar nicht gesehen da hat der schon Treffer kassiert es ging um die Falle die hab ich nicht gesehen da war doch eine Wand davor ich bin doch nur 31 groß na Moment von welcher Größe sprechen wir da? von deiner oh untenrum fahren vielleicht brrr 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 die Kapitel dauert 5 Sekunden nach das sind die Mindgames Max das sind alles Pro Player was ist da los wo 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 dino libt oh how you doing man yes confusing everyone by speaking English nobody speaks English in Germany what 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 oh Faro Yo Killamon, I actually started watching Jojo WTF? What am I doing with my life? 5 Sekunden Why am I not going to run? I'm going to run Wait, I'm still going to run the deck Wait, I'm still going to run the deck I'm still Puh, the mind games digger Not to make the map Oh, all here, all here No, here are also some We shoot on the tunnel, so that Prisma thing Oh, now we can't shoot Can't shoot, or? Yeah, I have it Oh, there comes that through the wall What is with my goal? Oh, Alter Where is the Krakenman? Krakenman, come here, I'll help you Okay That was a Team Attack Yeah You're right here Go go, Krakenman Go go, Krakenman Come here Hehehehe, they wanted to camera shoot Nani? Go go, Krakenman Okay, here are all schwerverletzter Auf jeden Fall Die lösen die ganze Zeit Meins und so on the sperren aus Oh, einer kommt doch bei... Bei hier Fehle rechts neben dir ist einer Ja, I know Nice Ich parkiere nur noch mal Hey Gut Welches ist rechts? Erledigt Saube Das kann schon viel Blut in der Wand Nicht jemand sprach? Oh, die haben sie zerschossen? Der ist doch noch hey ist der Boy Boah! Ich weiß nicht, du hast ja was hinter dir Du hast ja was in dir? Hm Was? Ich habe irgendein Scheißding entdeckt, oder? Auf die haben jetzt drei Leute geschossen, glaube ich Ja, ich habe die auch getroffen Die ist aber Die hat gerade noch Äh, die hat noch Mehr als drei Viertel Energie Die hat halt noch Mehr als drei Viertel Energie gehabt Ich glaube ich beide auf die gleiche Tür, oder? Mach da Ja, wir gucken gerade tatsächlich auf die gleiche Tür Ich guck mal da anerst Guck du mal weiter auf die auf die Tür, den Lungen Warum hab ich denn den Auen, wenn ich die Feier kriege? Ja! Spreng sich immer durch die Tiere Ich habe es gewusst, selber Wo war der? Da vor dir Zugangsperre, die ist richtig, die muss schon tot sein mittlerweile Nein! Die hat jetzt Ah! Und die hat auch tausend Zugangsperren ausgelöst Siehst du, schon wieder durchgerannt Ja, also als du mich gekillt hast Hatten sie halt noch mehr als drei Viertel Leben gehabt Also fast nicht Ich melde die So, ja Killamon Ich habe gesehen, die ersten zwei Jojos Jhomme und Joseph Ich bin nicht, aber die drei Ich werde mich selber installieren Ich sollte sagen, das ist quasi total passbar Wartender Ich bin so krass, ich melde mich selber Aber ich habe Angst Ich bin so krass, ich melde mich selbst Ich bin so krass, aber ich habe Angst Ich bin so krass, ich melde mich selber Ich bin so krass, aber ich mache mich aber auch Angst schon wieder selbe raum oder was wieso habe ich friendly fire kriegt es die viel wichtigere frage ich habe nur leute keilt das hat jeder bekommen aber warum das ist halt wahrscheinlich diese cheetah fotze für die jungen was das wort ihr seid so gut sind hier ja ich weiß ich habe kein ding oder das ist so clever sieht es nur nicht ich habe tatsächlich ein kai luca ich sorge für ablenkung kannst du davon hinstellen dann ja ich habe angst dass ich hätte klottet wenn ich da daneben stehe ich werfe den köder irgendjemand hat mich geblendet versucht hier oben ist die blöde fotze wieder im ersten stock ja also jetzt hatte sie tatsächlich nicht mehr ganz zwei mittel und hier sind zwei hier der hat mich einfach gemacht die hecken alle außen ist doch ein jäger oder so der haut da die jäger nicht die rennen durch wie blöd ich das ist ihnen so egal ne uff wenn die schnecke noch durch du kannst du schon schaden abheben aber du kannst ja nicht bestimmt schnell durch die fenster los naja ok du kannst ja uuuhuuhu let's go ha 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 uff das war nice ha 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 what is going on dude uff uff let's aber drei kills alter er sitzt laufen halt mit dem zugangsspern aber wieso haben wir alle fünf rot oder etwas ja maxo erklär ma was bedeutet das dass wir alle einen haben nein ich hab kurz wegsprengt mein schickdreihe kann ich erklären ja ja wie hat er passt ich ja ja weil du richtig schön nach deinem weg gelaufen bist ok ja that microphone muted that actually stems from my old online name das ist unglaublich ich bin immer klein ich bin immer klein oder oh doch ich habe ein pack gekriegt ja 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 das translates to small mug oder little mug oder was warum so guck auf die gröner noch schläft das ist das sonst wurde es der kackstift welcher kackstift das will ich ja gucken ob der noch da ist coronadurchfall wenn er malt allah also bis gleich ey wer ist denn jetzt raus oder was ich komm doch gleich ja wer ist denn die der führer ja ja wer ist denn der führer ich komm in 10 min wieder entweder er spielt schon mal rund oder warte wenn ich jetzt führer ne quatsch ihr dingesführer doch doch ja dr dingdong ja dr dingdong dingdong start mal ach was ich habe eine neue mütze für kapkan äh ne hier für kapatschanka was wer ist denn kapatschanka der wird das auch der wird das auch der wird das auch der wird immerhin ne mütze und nicht wieder irgendwie so ein komisches kleines gedudelt dranhängen das dranhängen gedudelt siehst du wenigstens ja ich sehe das nicht das hängt an der waffe dran ja doch ich hab gar keine waffe ja klausi spielt nur mit fäusten ne james bond goldeneye handkantenschlaf katsch ey ich hau dir mein schweckl ins Gesicht ach komm willst du mein augen ausstechen oder was ja mit einem auge ist nicht mehr so wie kennen sie dich alle kleine biene deine bumsebiene klausi mikrofon muted so wie geht's was geht's so ab max nein ich könnte mir sowas auch mal irgendwie erst als let's say machen wir sind immer noch lustiger als speed speed ich glaube wir sind aber trotzdem auch einfach nur die meisten und die geistig behindert ja aber das kommt gut das ist okay also anscheinend sind wir ein stack was auch immer das bedeutet da hast du mal montana black angeguckt es geistig behindert ne tatsächlich nicht so was guck ich nicht ich wollte nur wissen weil der bei uns hostet deswegen wollte ich unbedingt mal da rein ich geh gleich ins bett was ist da los eine gruppe seid ihr yes in der tat nicht eine nicht zwei äh nicht zwei nicht drei eine wo das noch ne bombe juda bombe gut waaah ich kann die shooter einfach zusammenschießen ich seh schon wieder nix ihr seid oh oh ich weiß schon wieder nicht wo ich mich positionieren soll ich Tür du Tür auf nein die haben Rüstungen ich kann doch nicht auf Köpfe schießen hallo freund schade gelangst zu der bombe und entschärft sie haltet nach anderen Ausschau Achtung Zugangsspern wo ist die Kamera wo ist der Uwe ja scheiße wir sind aufgeschmissen wer erledigt jetzt Uwe ist Aufgabe ich versuch mal die äh zu finden die gibt's keine Kameras und gleichzeitig jetzt wieder an äh sie wurden entdeckt was oh wenn da vorne der Typ ist das ist doch wieder kein Gutszeichen mach nen Panda ok ace jetzt oh da ist jemand vorbereitet wenn ich tatsächlich ace hier Lila bist du mein erster Patron dein Patron oh hier bewegt sich etwas hier bewegt sich etwas wo kann ich schon immer schade das geht ab Hildi Lila der Entschärfer ist nicht länger in deinem Besitz Jihaaa mit der MP5 ne Klo Digger Schale! Ah, die Hälfte hab ich's gepattelt und machen warum nicht? Ja wo noch ist? Wurdest du da gebannt hielt die da? Der Jüngste und Agilste ist noch übrig von uns. Alles Lügen. Oh, ihr gierigen Schweine. Er sich einfach umdreht und den trifft. Ja, du hörst doch wie er stampft. Ja. Nice. Ja, aber dass ihr dann immer so genau zielen könnt, da hab ich echt höchsten Respekt. Da oben ist ne Kamera. Kann ruhig wissen wo ich bin. Er bringt mich nämlich sowieso um. Wo ist die Tür? Lauf zum Entschärfer. Fuck. Ah, da war der! Der ist auch tot! Und? Ahahahahahahaha! Typ, du hast noch Eliminierungsassist gekriegt. WTF? Wenn wir trotzdem verloren läuft. Ja, leck mich am Arsch. 2-Man-Ender-Nobody-Leaves. Let's go! Das war unentschieden war das. Leck mich am Arsch. Drecks Spiel. Verschießen wir es. Ja, Bo died. Ja, Bo died. Ja, Bo died. Das ist doch die eigentliche Frau. Ja, weil du halt früher das zeitliche gesegnet hast. Mal Kugeln fliegen langsamer. Ja. Das kommt mit dem Alter Simon. Der hätte jetzt Puls gehabt. Der hätte noch Puls gehabt. Der war ja so schlecht. Oh man. Aber er hat funktioniert. Ja, genau so. Ich habe alles nur noch gedämpft. Das ist Adrenalin. 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 Das habe ich gar nicht mehr. Die ist bei mir komplett aufgebraucht. Die Ausschüttung. Nein, jetzt liegt der Tür voll gepusht. Jetzt spielt die Schüttung. Nicht Tarkov-mäßig schlug, aber... Ich möchte auch mal wieder Tarkov... Ich nicht, ey. Ich werde wieder nur erstossen von irgendwelchen Teamkameraden. Wo ist die zweite Bombe jetzt, ey? Sag mal. Irgendwann. Rück zur Bombe vor und entschärft sie. Hui. Der war'shaftig. Alles ist geil, wenn du durch irgendeine Tür reinschaust. Du musst einfach nur draußen warten. Die kommen raus. Die ganzen gierigen Penner. Can't climb the trailer. Maser Hackers. Hör doch mal auf, hier rumzuschleichen, man. Das gleiche Fenster wieder close. Ich höre sie. Lichter an! Alter! Oh! Von wo? Ich wurde von oben erschossen. Die sind im ersten Stock. Und snipen aus den Fenstern. Die kommen schon wieder raus. Ah, ich bin schon drin. Ah, da hätte ich fast selbst einen Brand gesetzt. Die findet mich nie. Wo waren die? Welche Bichser, Alter. Die kommen schon wieder raus. Oh! Oh! Oh, du hast den Entschärfer fallen gelandet. Ah! Never! On this fucking planet was that. Jaaaah. Shotgun range. Shotgun is a fucking long range weapon. My ass. Ein Gegner verbleibt. Scientology. Ah! Hier! Hier! Bei mir! Oh! Halbtot. Kapkan. Wie gesagt, passt auf. Wenn ihr durch die Türen geht. Da ist er. Der Nachtsicht muss. Bam 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 bam. Der war recht. Oh. Da ist er. Da ist er. Mal langsam, Leute. Mach langsam, mach langsam, mach langsam. Wie cool. Der hat auch nicht mehr als du. Oh Gott. Halt die Fresse. Rechts und pass auf. Der ist rechts ums Eck war er grad. Und hat einen anderen erschossen. Halt die Fresse. Halt die Fresse du Spacko. Halt die Fresse. Schpacko. Oh. Let's go. Hier. Mein Elf. Nice. Erstmal ein Typen muten. Folgendes. Syntex ist das auch ein deutscher. Das wird man direkt aus dem Akzent. Der Raman hast das auch noch gezeigt. Geil. Hab mir die Schafsäle. 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 Verteidigung, Verteidigung IS Man, ich bin schon wieder Letzter, heute ist auch nicht mein Tag Hey, ich bin mal nicht Letzter Phil, du bist meistens Erster, du bist heute ziemlich schlecht eigentlich Ja, übel, oder? Holy shit Sind alles Lügen? Ja, ja, weil ich jetzt vor den Massen hier spiele Ja, hältst den Druck nicht aus Ja Dieser immense Druck Ich will auf, ich will auf Geh da weg, geh da weg Wonderwall Die Gegner haben eine Bombe entdeckt, zum Angriff bereit machen Nur noch 10 Sekunden C4 bereit 5 Sekunden Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert Vergelegt, nicht in der Nähe aufhalten Noch nicht mehr Want to jump onto the table But, I can't Das mere Set up aus der Hütte Ja man Gehts ab wie das der rendel ich mache einfach kein damage hier ist noch einer mit schild gott du gott du gott ich weiß nicht ich weiß nicht alle hier ich habe das hier auch hinten augen ein gegner verbleibt gebt go 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 lokalisiert die bomben schützen den entschärfer deaktivieren holly das wird nix der hat's flattern der hat's flattern kriegt schade warum bin ich so müde, so müde, so müde mir ist seltsam für jemand der erst zwei stunden wieder wach ist wahrscheinlich ach quatsch noch nicht mal die 30 erreicht hat ich bin seit heute früh um sechs auf also gestern früh um sechs und ne sechse quatsch fünfe sechs muss noch viel lernen was was redet der mann den bereich sichern, die bomben weiterschönen oder eigentlich bin ich lieber bereichsicher bereich ne da machen wir mal keinen das reicht sicher hey 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 die streuung voll unter kontrolle ne hier will ich nicht hier sind noch ganz viel rüstung leute ja ja ich hab auch noch keine hier hier bei mir wo ist der glausi schild blitz blitz ist tot blitz ist tot blitz da wie ang nur ein kleiner pieps hier ist doch einer ja ich weiß deswegen wollte ich auch ursprünglich nicht die wand verstärken wir sind nicht mal verstärkungen nicht losgebracht merkst du ach scheiße jetzt hat er nicht hier ist noch finca oder der andere ne finca ist es der finca der finca wechsle magazine ja sehr schön letzter verbleibender gegner sehr schön gibt ihr euer rechner eigentlich auch frei für die forschung gegen coronavirus absolut nicht bringt es was ja also ich konnte heute nicht mal coronavirus auswählen ich bereite die nadeln vor ja und alzheimer würde ich nicht machen da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern was das ist ich hab keine ahnung wovon ihr redet boys boarding at home was du kannst dein pc zur verfügung stellen damit die forschung gegen viren oder irgendwas machen können ja da werden die proteiken ketten mit ausgerechnet halt das ist sowas ähnliches wie krypto mining so ist halt für was hat für was gutes für was gutes genau nicht nur für den gertbeutel klingt völlig verrückt du musst halt auch deine grafikkarte hier ist noch einer ah und da kriegst du dann ein programm oder was und das läuft dann durch oder wie ja wer reagiert bei mir hockt er kannst du nebenbei laufen lassen ausschalt wenn du wenn du streamst oder zockst oder so ja ja die haben die immer noch am eck im gang ist ja nicht lass zu kommen das ist hoch im gang das ist hoch im gang das ist hoch im gang okay doch mal was über bist du eigentlich ah ich bin bei b die ist auf der ebene wo sie hin muss jetzt da ist sie die kommt magazin wechsel ach gut die muss ja zu uns kommen lassen wir sie kommen nice angene trotz krieg alle gegner eliminiert ohco gut ich bin da gar nicht gefassen heute es wird zeiht 5 Minuten sind jetzt also rum jetzt geht es noch mal schlummern ja und trotzdem mit zut ja meine schön die haier den bereich sichern die bomben weiter schütteln ja wenn der klausi dabei ist klausi oh ich guck euch mal eine runde mindest achtung die gegner haben eine bombe gefunden seit zweiter umbauen die gegner haben eine bombe lokalisiert verteidigung entsprechend planen nein ding dong keiner kommt sich umbomben die gegner haben eine bombe lokalisiert da nicht zu machen da wird schon geschossen da kommt schon jetzt ich war ja böse aus was macht er denn jetzt die haben alle bei mir wer bist du da hinten ich komme ich komme ich komme ich komme voll oben drüber ich gehe wieder auf die andere Seite zugangssperre liegen nämlich nur da drüben nur noch ein gegner übrig alles klar achtung der auktor 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 der der auktor der auktor der auktor der auktor der auktor wer kennt interesting das ist du marting Facebook, Mixer, Twitch, everywhere, I'm everywhere, so, yeah, ich will ja nicht spielen, Lügenpresse, Lügenpresse, Nani, so yeah, I'm gonna find somebody to host on Twitch, because that's the only platform I only know people, I actually know people, I mean, daddy, I'll mix, all the day, I but I'm jaloe주, damn, you know, I know people, I just wanna find somebody on Because I hope everyone's time to host on a song, we're listening to you guys next time, I will see somebody out there and I will join us in the chat about 30 days, then, hopefully you'll see us soon tomorrow. Wait, maybe there are so many people online right now. What the hell? So many people! I can't decide who to host. Is my group your host? Have fun with this trivia. Hey, Phil with the host. Thanks for the host, Phil. How was your stream?